Krass, krass, ey. Eine Viertelstunde musst du wieder, ne? Ja, naja, ich hab die Stoffe zwar nicht laufen, aber ich hab um direkt halb, hab ich's gecuttet. Wuh! Warte, ich komm hier nicht hoch, jetzt komm ich hoch. Ja, Blacky, da bist du noch ein Weg. Das ist ein Schwein, äh, mit größer. Tombi, 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 Tombi. Meins, 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 meins. Hobbylose Kinder. Oh, mein Gott. Oh, guck. Ja, der war richtig Hobbylos. Oh, Tombi, Tombi, Tombi. Ich hoffe, du hast keine Spinnenphobie. Oh. Nee, überhaupt nicht. Ja, ich nämlich schon. Oh, jetzt diese Minecraft-Musik, ey. Da unten wird da jetzt drin sein. Nee. Hab ich so das Gefühl. Nee, da ist nix drin, ey. Hast du das Gefühl? Ah, wir können die Spinndinger kaputt machen mit dem. Hier ist die, die Spinne. Ah, Rita, die Spider. Oh, nee. Warte mal. Wir können, wir müssen die Spinndinger kaputt machen, sonst hängen wir die ganze Zeit drinnen. Ja, ich bin grad noch am Krankorten. Oh mein Gott, du bist so doof. Oh mein Gott, du bist so doof. Was denn hier? Da füg, Alter! Okay. Okay. Wo ist ihr Spinni? Ja, wo ist denn der Spinni-Königin? Tschüss mal, ich mach erst mal, ich komm erst mal runter hier. So. Da ist er. Ja, hier gleich mal vergiftet, ey. Ja, ich auch. Okay. Hat sich lange angehalten. Hinter dir. Dankeschön. Oh mein Gott. Danke. Ich geh über eine Ecke, wo keine Spinnweben sind. Lol, ich hab sie gefunden. Guck mal. Oh, ist er süß. Oh, ist er groß, ey. Oh, ist er süß. Kann man die irgendwie verbrennen oder so? Oh mein Gott. Mit was denn? Weiß ich nicht. Aber ich suche mir jemand hier. Gleich bin ich tot. Was ist? Werfen eine Pony. Ich bin bei mir schon immer so unsympathisch. Na, Seiko, du bist mir auch immer so unsympathisch. Dankeschön. Ey, die kleinen Spinnen machen ja gar keinen Schaden. So, was ich jetzt? Ist ja eigentlich nicht einfach. Aber verdiften tun sie nicht. Porsche of all generation OP. Sie sind tot. Ihr ist XP. Ihr seid Schweine. Geht weg. Oh, guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Kommen noch welche? Oh, wie süß. Kleine Baby-Schweine. Lass mal ein Foto nehmen. Ich hab nicht die Scheibe. Hab bestimmt wieder Psycho und er wird sich zugeben. Äh, ne. Ich hab sie diesmal wirklich nicht. Das ist doch ne Lüge. Ich hab sie. Die Spinnen hat uns beleidigt. Mach was dagegen jetzt. Hat sie? Ja, sie hat gesagt, sie stinken der Menschen. Ja, sie stinken ja auch. Mach jetzt was dagegen. Cool. Ja, wir müssen wieder runter, ne? Ne, hier sind doch Goldnuggets. Die muss ich mir schon noch holen. Na, Quatsch. Ist doch ne Lüge. Wieso hab ich denn keine Bälle bekommen? Ja, wo seid ihr jetzt hier schon wieder hin, ey? Vom Helden hast du die bekommen. Ja, wo seid ihr? Guck mal nach oben. Oh, mein Gott. Ey, jetzt ist er nicht wusste ich, wo seid ihr? Warte mal, gut, dass es keine Rätsel gibt. Stell nochmal alle runter. Jetzt, jetzt halt. Warte. Sind unten. Ich auch. Ja, passiert nichts. Vielleicht nur ne Mittler nach oben? Äh, habt ihr vielleicht... Hier, hier sind auch noch welche, ne? Auch. Ähm, 50... Vielleicht ist das irgendwie so ne Art Code oder so? 50.000 Schalter. Oder sie sollten einfach nur... Ablenken. Seh ich auch so. Ablenken. Könnt's auch sein, ne? Lol. Vielleicht muss man auch die Tür nehmen, die hier war. Welche Tür aufmachen sind stark. Welchen Greenlight ist hoch? Tür ist offen. Hahaha. Wir bräuchten jetzt so Granaten oder so. Wir bräuchten jetzt ganz Berlin durchsuchen. Boah. Geil auch nicht. Nach dem Vornamen Dennis. Das ist ne coole Musik. Oh mein Gott. Das, das finde ich jetzt aber nicht cool. Was, wenn das denn nicht cool? Bis nicht alle meinen Namen wissen. Aua. Die wissen... Ich hab nicht zugehört. Ich weiß nicht mehr. Ich hab nicht zugehört. Ich weiß nicht mehr. Das war nicht meine Ersten. Das ist schon ein... Doch, war mein Ersten. Ne Ender. Nicht den Enderman angucken. Boah, guck mal die Intelligenz. Hier sind überall noch Schalter drinnen, Mann. In den Räumen. Nehmen wir jetzt bei mir gerade. Ach guck mal da sind... Oh. Wo? Ich den Enderman angucken. Aber hier bist du. Hier ist ein Enderman. Aber eigentlich was für Kraft. Es gibt Merkbäcke. Ab und zu mal. Ja, aber ich meine jetzt... So, ich hab jetzt auch einen Bogen, hab ich gemerkt. Weiß nicht mehr. Wie sich alle alles durchsuchen. Ich hab... Ja. Du hast jetzt erst einen Bogen? Ich hab einen Bogen. Hier ist kein Bogen mehr. Enderman, Vorsicht. Alter, hinten. Hier ist noch Kiste. Oh, wie will ich da erschrecken. Nix. Rrrr. Aha, auch nix. Überall leer. Betale verarsche ich, diese Gästen. Erst mal in den Zeichengang gucken, bevor du uns hilfst. Ja, natürlich. Ja, das will ich für mich alleine haben. Wartier, wieso... Wieso... Wieso wird er nicht tot hier? Okay. Wieso wird er nicht tot? Wieso wird er nicht tot? Leck ich. Ach, Psyko hier, ganz unmöglich, was? LOL! Psyko chillt ja rum, während wir arbeiten. Ist unglaublich. Was ist? Nimm mal diese Hartz IV. Hallo! Kein... Kein Rassismus hier. LOL! Ich hab grad dran genommen für Eile. Zwei Stärke, zwei Geschwindigkeiten. Juhu! Ich glaube da hinten jetzt lang, was Psyko? Und wie wär's mit dir? Was? Wer schießt mit dir die ganze Zeit ab, ey? Juhu! Oh mein Gott, mit den Zombies! Er ist tot. Du, du, du... Ist dir schon mal was aufgefallen, Psyko? Warum sterbt ihr die ganze Zeit? Ja, wollte ich grad sagen. Wir sterben Dark nicht. Ach stimmt, wir sind Pro Player, Dark nicht. Hab ich ja was vergessen. Was sind wir? Die Pro Player sterben halt. Wir sind Pro Player und du nicht. Hab ich ganz vergessen. Weißt du? Die Pro Player legen sich halt ins Zeuge und sterben, ja? Wir geben was für unser Geld. LOL! Ah, mit den Zombies. Einer lebt noch, einer lebt noch. Ich geh lieber die Kisten durchsuchen. Ja, du bist halt da, klar? Ja, du bist halt da, klar? Ist hier so ein Otto, ja? Ja, und jetzt laufst du weg. Schau dir so. Kann man nämlich haben, du Drecksau. Ich will den wegseppen. Ich treff nix. Da ist eine Waffe kaputt gegangen, oder? Du wirst halt. Das nächste Rüstungsteil. Was mach dir? Warte! Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein, stimmt doch gar nicht. Tatsache. Lügt doch nicht rum. Oh mein Gott! Nee, du Leute. Nee, 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 nee. Ich habe noch ein halbes Leben. Ein halbes Leben! Halt mal nicht da rauf! Zombi, zombi, zombi. Oh, 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 sehr interessant. Ja, 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 mhm. Gut. Ehm, hallo? Hat Zombies, ne? Hallo? Hi! Ja. Hi, hi. Wie geht's denn heute so? Gut und dir? Weißt du, warte, ich lasse den Zombies stehen und nimm einfach die Kiste mit so. So, jetzt habe ich einen Rüstung. k hallo 3 war auch nur die ist im Ding von diesen experimenten er brauchst du noch gewagt wird ein ach da da fehlen mir noch ein bisschen was ich gehe immer alles kaputt ist voll für einen Arsch denn das was der Reden guck mal wer da hinten in der kleinen Ecke steht wie so ein Emo ich will lieber die Tür wieder weiter ich kann doch den Schrei entnehmen ich lass euch erst noch sterben und dann hole ich mir ihn ich bin mal weitergegangen ja ich bin hinter dir Dankeschön ja hier auch noch hinter mir ist so Arschloch ey geh jetzt einfach mal weiter wo seid ihr hier Alter wie krass wir sind fast schon ganz oben wa? ja ja ich hab jetzt hier einfach mal allein gelassen darum kann ich mich hier selbst schlagen ne ich hab zwar ein Grön gehört aber ich seh's hier nicht ja wer nimmt keiner von euch nimmt auf ne ja also ich war zu blöd und blacky kann da schickst du einfach zu uns deine Aufnahme dass man es zweimal sehen kann ja genau ich glaub ihr habt Arsch auf jaa ich danke schön bitte bitte ich bin seitdem er er importante ist noch was ich sich wd es sind hier sie weil es die Leuche die 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 dass ich aber mit dem aneignen und die meine meinst du es sechs Prozent da st zufrieden und diese Dunkel vor ich will jetzt denken Mann, hab ich'n Durst. So, Boss Fight, Hero Brine. Press den Button, wenn du bereit bist. Warte. Sind wir bereit? Nein, sind wir nicht. Warte, wo ist denn hier? Mein Müll, ey, ich hab ihn verloren. Jetzt kann ich hier meinen Müll nicht wegschmeißen. Goldener Apfel, FTV. Was, ich hab hier keinen goldenen Apfel, ich hab hier nur ein bisschen Steak. Ein bisschen Steak. Hihihi. Ja, Dark, du willst uns trollen, stimmt's? Bettina, ich seh Bitch. Ach klar, wir kennen den noch gar nicht. Da fehlt noch was. Tja, tja, tja. Da müssen wir erst nach irgendwem killen. Die Hexe fehlt noch, die wir töten müssen. Die Witch, die Bettina, glaube ich, so heißt die. Die Bitch, meinst du? Ja, die Bitch. Bitch Fight. Na klar. Ja, natürlich ist das klar. Und wo ist die Michiina? Das ist wieder das geile Bad, weißt du mal. Ja. Richtig geil organisierte Bad aus dem Mittelalter. In der Super-Sü. Oh, Alter, wie geil das aussieht. Was, wo ich, ich will auch sehen, wo seid ihr? Da, da. Ach hier, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ja, ja, bleibt der geil aussieht. Wohin. Ist erster Reihe hier im Kino. Boah, wie geil. Kann man sogar draufspringen. Ja, noch besser, ne? Was, man kann da runterspringen? Natürlich, Mann. Ja, wo ist das denn von außen? Go, go. Aber wenn ich euch durchschlagen könnte, dann wäre ich schon eine Tür. Über euch, über euch, über euch, hindurch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Ja, siehste, war alles geplant, jetzt komm ich nicht mehr rüber. Ne, warte, ich guck dir zu. Daki, ich guck dir von hier zu. Ach, man kann die Map nicht abbauen. Jetzt komm ich nicht mehr zu euch rüber. Jetzt muss ich mich nicht pehen. Da kann der. Ach, da kann der. Ich komm zu dir. Gieß der? Nur durch mich. Learn to play. Ich geh mal die Kiste geh holen, da war noch eine Kiste. Warte, ich hol mir kurz die Kiste. Da war noch eine Kiste. Erst mal alles abstauben. Wo ist die Kiste? Da ist die Kiste. Nein, ich bin fast tot, ey. Ich hab was für zwei Herzen. Er getrankt. Ja. Ja, ist doch scheiße, dieser Zombie-Pigman. Oh, da ist ein Element drin, ne? Der Geräusche hier. Stirb, 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 stirb. Bist du tot und jetzt hab ich wieder die Sachen eingesammelt. Dankeschön fürs Abschießen. Und jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Zur Bettina. Bettina? Bettina Wolf meinst du? Nein. Nein, da ist die, mein Flüsseur. Ach so, da steht er. Ah, heißt doch nicht Bettina. Die heißt nicht Bettina. Bitte Bettina. Ach, ihr macht da gar keine Aufnahmen. Dann mach ich ganz kurz einen Schnitt. Wieder bei den 30 Minuten. Ja, jetzt ist genau 30 Minuten.